Was geht, haben wir einen kleinen Schnittchen, vielen Dank fürs Einschalten und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ihr seht schon, richtig, ja, der gute Tom, der steht hier auch wieder rum und sabbat wieder auf sein T-Shirt. Hallo, hallo, hallo. Und was ihr auch richtig seht, ist, wir spielen gerade keinen Lucky Blocks, ja. Scheiße, ich kann die Finger nicht abbauen. Denn wir haben uns gedacht, wir wollen jetzt auch nicht immer Lucky Blocks raushauen. Ich meine, das macht zwar Spaß, das wird es auch weiterhin geben. Aber wir wollen natürlich auch mal ein paar neue Sachen ausprobieren. Deswegen haben wir uns jetzt mal eine Map runtergeladen, wo man von oben, Tower Drop heißt das, wo man von oben runterfallen muss und, naja, lebendig unten ankommen muss. Tower Craft Dropper, das ist nicht gelesen. Stimmt, Tower Craft, nicht Tower Craft. Tower Craft, hui. Tower Craft Dropper. Ja, und ich würde sagen, das checken wir jetzt mal direkt ab, ne. So, und Tom hat es uns in seinem Video gesagt. Tatsächlich nehmen wir beide gerade die erste Folge zusammen auf, um das jetzt mal nochmal ganz kurz zu erklären. Die zweite Folge kommt bei mir, die dritte bei Tom. Den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung, wenn ihr bei ihm weitergucken wollt. Und wie gesagt, die Ungraden bei ihm und die Graden bei mir. Und wir haben natürlich auch eine Bestrafung. Ja, wer am Ende halt richtig verkackt hat, der muss eine Bestrafung machen. Ich muss Five Nights at Freddy's 2 spielen und du musst Brick Force spielen. Oh Gott, Mann. Ja. So, wir würden mal sagen, wir fangen jetzt mit einer... Du hast garantiert immer noch mehr Spaß als ich. Ja, das glaube ich nicht. Die Frage ist ja, wie machen wir das denn jetzt? Spielen wir jetzt jede und zählen das nachher zusammen? Oder wollen wir fünf auf der Seite oder drei auf der Seite und drei auf der schweren Seite? Das Ding ist, hier fehlt doch irgendwie die Hälfte, die steht immer Coming Soon. Das ist immer toll. Hier kommt relativ viel Coming Soon, ne? Okay. Warte mal, wir müssen mal zehnmal kurz durch. Warte. Ja, lass mal kurz. Wie viele das hier sind? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also hier sind sieben. Hier sind neun. Auf der Leichtseite. Das ist immer eine ungerade Zahl. Ja, dann lass uns doch 5,5 machen. Wollen wir mal 5,5 machen? Ja, wir machen 5,5. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber dann kann es ja 5,5 stehen. Es sollten fünf, es sollten elf sein. Ja, dann machen wir halt am Ende, wenn es tatsächlich Gleichstand sein sollte, machen wir so eine Stichrunde. Okay, okay. Können wir ja machen. Okay. Wollen wir denn Best of Ten machen oder wollen wir tatsächlich alle zehn spielen und gucken, wie es ausgeht? Ich würde sagen, wir machen das einfach so. Wir gehen hier von vorne nach hinten und sagen jetzt, okay, wir fangen mit easy an, dann hard, dann easy, dann hard, dann easy, dann hard. Ja, okay. So, ne? So, bis wir von jeder Seite fünf haben. Genau. Okay. Und der Gewinner ist, glaube ich, der, der dann hier zurückgeportet wird. Also der erste, der hier dann landet im Hub, hat dann quasi einen Punkt. So. Okay. Okay. Ja, easy. Dann machen wir das. Also fangen wir mit leicht an. Okay, dann müssen wir jetzt hier mal gucken. Threading the needle. Okay. Warte, ich esse auch noch was. Dann geht er direkt los. Ja, okay. Okay, fertig? Ja, dann 3, 2, 1, go. Ja gut, aber du wirst natürlich zuerst geportet, ne? Was ist das hier? Aber wir fallen jetzt zusammen durch. Ja, komm, hier, go, go. Okay, what the fuck? Alles klar. Wow, okay. LOL. Scheiße. Oh, lol, man landet ja immer hier. Aber kann man denn Spawnpoint machen? Man kann doch Slash Spawnpoint machen. Ja, stimmt. Warte, dann lass uns das eben machen. Wo bin ich jetzt eigentlich gelandet? Ach, da vorne muss ich hin. Aber ich glaube, dann kann es sein, dass wir nie wieder in den Hub zurückkommen. Obwohl, nee, stimmt ja. Wenn wir unten drücken, ne? Ja, ja, richtig. Gut, warte, 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 warte. Ach ja, wir müssen ja hier starten. Okay. So, dann mach ich jetzt hier Slash Spawnpoint. Zack. Okay, dann machen wir es jetzt ganz fair. Drei, zwei, eins, go. Okay, so. Ich muss jetzt erstmal... Oh, fuck, 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 fuck. Nein! Nein! Oh, scheiße. Bist du durchgekommen? Oh, ich bin aber fast komplett nach unten. Alter. Oh, Mann. Oh, das ist voll assi, ohne Spaß. Okay, Alter. Das ist easy. Ja, ich sag doch hier, fang mal, fang mal gleich mal mit der Hard an. Nein! Bruder, das musst du aber echt ein paar Mal machen, bis du das mal gecheckt hast. Ja. Oh, nein. Ach, schon wieder die Ecke. Okay. Okay, Moment. Ich werde es auch nicht so hektisch machen. Alter! Mann, warum denn? Boah, ich spawn immer irgendwie total behindert. Nein! Okay, also du kannst dich auch nicht... Ich drehe mich einfach rechts rum, lass ich... Wo müssen wir überhaupt irgendwie landen, oder? Hä? Ja. Wo müssen wir landen? Nein! Ich war fast durch! Warum? Ja, weil ich fast durch war. Ja, weil das... Nein! Hä, mal, Alter. Ich hänge immer wieder an dieser Ecke. Oh, warte. Nein! Ja, so weit wie du komme ich auch, aber wo müssen wir denn landen? Ist da Wasser? Ja, da ist Wasser. Ja? Ja. Du siehst das Wasser? Ja! Nein! Oh, okay. Okay, okay. Alles klar. Ja, das ist mega knapp. Nein! Okay. Nein, Alter! What? Das gibt's nicht! Komm! Scheiße, jetzt verkeck ich die ganze Zeit am Anfang. Alter! Boah, jetzt verkeck ich die ganze Zeit am ersten Loch! Ja, stimmt. Das ging mir vorhin auch so. Okay, jetzt... Jetzt... Boah, das ist... Mann, das... Die Emerald-Dinge unten sind richtig scheiße. Ja, die Emeralds sind echt scheiße. Nein! Boah, wieder ein dummes Flugzeug. Ja, warte. Man muss sich mal... Man muss sich einfach mal kurz... Was hab... Hast du es geschafft? Hä? Ich bin ein Block daneben! Ich... Ich hab grad gehangen. Was darf nicht wahr sein? Das Problem ist... Boah, das ist doch nicht... Ey, wenn das erste schon so übertrieben kacke ist... Oh, das ist jetzt das erste Easy-Level, ja? Ja, auf jeden. Nein! Ich bin zwei Zentimeter neben dem Wasser hängen. Leck mich, leck mich, leck mich. Ich bin erster, ich bin erster. Nee, nee. Oh! Kann man... Warte mal. Kann man eigentlich... Das muss ich jetzt probieren. Was kann man? Nein! Oh! Okay. Gut. Gut, gut, gut. Alles klar. Oh! Nein! Nein! Wehe, du schaffst das. Wehe, du schaffst das. Scheiße! Jawohl! Jawohl! Jetzt häng ich wieder da. Ja, jetzt kommt Emerald. Nein! Mann! Jetzt häng ich wieder beim Diamanten! Okay. Ja, ich auch. Boah, Alter! Diamant ist echt fies. Jetzt seh ich nix wegen dir! Jetzt häng ich mal an. Nein! Oh, Mann! Das war ein Zentimeter! Ey! Ich... Oh, komm. Boah, das gibt's doch gar nicht. Nein! Alter! Ich war quasi im Wasser! Ich war quasi im Wasser! Das ist doch gar nicht! Ja, ich hab auch schon beim Aufschlag so komische Wasserpartikel aufgedeckt. Ich war, ich war, ich war quasi unten und bin darüber gesprungen, über das Becken. Boah! Ja! Nein! Ha! Ich bin im Becken drin! Ich bin im Becken drin und gestorben! Ja, das zählt nicht. Dann bist du, dann bist du am Stein aufgekommen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich bin ins Wasser reingefallen. Ich bin ins Wasser reingefallen, Mama. Alter, das ist... What the fuck? Okay, weißt du... Ja, boah! Ey, das erfordert so viel Konzentration, das ist der Shit! Vor allen Dingen will man aber trotzdem schnell sein. Ja, richtig. Boah, dann immer an dieser Scheißkante, Mann! Oh ja, jetzt seh ich gar nichts. Scheiße! Alter! Okay, jetzt aber. Jetzt aber. Mann, wieso häng ich denn immer da? Jetzt! Ja! Geschafft! Ernsthaft? Ja, bin unten. Du bist noch nicht im Hub. Du bist noch nicht im Hub. Du musst den Knopf noch... Ja, okay. Ich hab's auch geschafft! Oh, Scheiße! Ich bin im Hub. Ich bin im Hub. Das gibt's doch nicht. Ich hab's allmarscht. Ich bin im Hub. Erster Punkt für mich, würde ich sagen. Erster Punkt. Das war easy, ja? Das war noch easy. Das war easy, ja. Alter Schwede. Okay, ja gut. Eins ist null. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die gegenüberliegende Seite zu. The Winter is coming. Okay. So. Okay, warte, 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 Spawnpoint setzen. Na, halt, halt, halt. Ja, 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 ja. So, Spawnpoint. Ach ja, ich hab das ja hier schon irgendwo gespeichert gehabt. Genau. Okay, fertig. Drei. Ich seh dich nicht. Ich bin hier. Lol, du bist bei mir unsichtbar. Dann lock dich nochmal kurz aus und ein. Hui, da ist er wieder. Ja, jetzt seh ich dich. Okay. Dann. Drei, zwei, eins, go. Was ist denn das? What the fuck? Hä? Was ist denn das? Oh, lol. Man muss hier weiterspringen. Oh. Oh, okay. Okay, 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 okay. Ich bin dicht hinter dir. Ja. Nein! Bist du gestorben? Ja. Übrigens, schlagen und so ist erlaubt, ne? Oh, Gott. Oh, Gott. Was ist vermuten? Schlagen und so ist erlaubt, ne? Ja, ich wollte es auch gerade schon ausprobieren bei dir. Okay. Scheiße, du bist schon viel weiter unten. Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Pass mal auf. Du kannst, kannst du komplett vergessen. Ja. Hä? Okay, lol. Hast du das auch schon ausprobiert? Was? Ja, komplett runterzuspringen. Nein! Nein, warum? Das geht nämlich nicht. Du kannst nicht von ganz oben runterspringen. Ja, deswegen ist ja auch die Map so gebaut. Ja, aber du hast unsichtbare Wände. Das wusste ich nicht. Ach so, okay. Oh, nee. Ist ganz schlecht, dass du gerade vorne liegst. Oh, okay. So. Fick dich. Stirbst du? Nö. Ernsthaft? Warum hängen du? Nein, dich Idiot! Ich gehe mit voller Kraft davor. Ich kann da nicht hängen. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ich darf da nicht hängen. Ernsthaft? Habe ich dich geschlagen? Nein, aber ich bin runtergefallen. Okay, das ist gut. Dann habe ich jetzt wieder einen kleinen Vorsprung. Nein, nein! Der dir nichts bringt. Okay. Okay. Boah, das hier ist richtig mies, dass man nicht komplett durchfallen muss. Okay. Ich kann dich aber, glaube ich, gar nicht schlagen irgendwie. Du bist aber, du bist aber, in was für einem Mode bist du? Adventure Mode. Okay. Okay. Also, ich habe Herzen und alles. Oh! So. Warum? Was ist jetzt hier das Geheimnis? Boah, okay. Gut. Was steht da? Keine Ahnung. Nicht lesen, nicht lesen. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Warte, warte. Do you believe in... Ja! Ja! Ey, du bist so ein elendiges... Do you believe in Santa? Ja, ich glaube an Santa Claus! Boah, das war so... Das war so eine unglaublich miese Aktion gerade. Ich weiß, aber warte. Das war so eine unglaublich verfickte Drecksaktion. Was ist das hier? To hub! Jawohl, ihr habt's geschafft! Hahaha! Du kannst mich mal marschlecken, natürlich. 2 zu 0! Alone! 2 zu 0! War ernsthaft? Ernsthaft? Damit willst du gewinnen? Damit willst du jetzt gewinnen? Damit... Das ist jetzt dein Triumph? Ja, ist er. Ist er. Na guck mal, da ist er ja. Er schießt jetzt 2-0 oder was? Guck mal, da ist er! Ja, ja. Ist das gerade dein Ernst? Das willst du so lassen? Ja! Klar! Das sorgt für richtige Asi-Aktion. Das ist doch Standard. Okay, das schreibe ich mir irgendwo hin. Gleiches Recht für alle! Das pinne ich mir an meinen Bildschirm, so als Notizzettel. So, 0 zu 2. Freust dich schon auf Rick Force? Ich würde sagen... Ja, an der Stelle... Eine Runde noch? Ja, wir machen noch eine Runde. Eine Runde noch. Okay, dann machen wir jetzt wieder easy. Eine Runde noch. Threading the Needle. Das hatten wir ja schon. Woolly Mess. Woolly Mess. Gut. Okay, dann machen wir wieder Slash Spawn Point. Ja. Halt! Alter Schwede, was ist das denn? Okay, bist du fertig? Okay, aber ich glaube, wir müssen... Ja, ich bin fertig. Wir müssen von hier springen, habe ich das Gefühl. Sicher? Ich glaube schon. Deswegen mache ich mir mal hier meinen Spawn Point. So. Ja, stimmt. Okay. Warte. Ja, also ich wäre sonst ready, ja. Okay, bist du fertig? Ja. Okay, dann geht's los in 3, 2, 1. Du kleiner Wichser. Du kleiner Wichser. Du kleiner Wichser. Ja, du verkackst das aber auch am Anfang. Ja, natürlich. Aber ich weiß schon mal, wo ich hin muss. Oh! Jawohl! Ich hab's geschafft! Ernsthaft? Ja, Mann! Du hab... Jawohl! 3 zu 0! Geschafft! Klingelingeling! 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 Hier kommt der Eiermann! Haha! Geil, Alter! Ja, aber du hast ja... Du hast ja... Guck mal, wir machen 10 Maps. Ja, wir machen... Ne, wir machen... Wir machen ja bis... Bis 5. Also bis... Bis jemand... Ne, mach mal. Wir machen ja 10 Maps. Wir machen ja 10 Maps. Hast es, Mann! Du hast es... Du hast ja noch alle... Ne, wir machen 10 Maps. Ne, wir machen 3. Wir machen 7. Ne, wir machen ja 10 Maps. Ist ja alles easy. 5 auf jeder Seite. Du hast noch alle Chance der Welt. Deine Scheiß-Hinterlistigkeit kotzt mich einfach so dermaßen an. Ey, das hat dich grad mal einen Punkt gekostet jetzt. Also sonst würdest du jetzt... Das hat mich vorhin zwei Punkte gekostet. Ne, stimmt gar nicht. Ne, einen. Ja, einen Punkt hat's mich gekostet. Einen Punkt hat's mich gekostet. Ja, und... Wo waren wir denn jetzt? Fokus, Fokus müssen wir jetzt, ne? Fokus, Fokus müssen wir jetzt machen. Okay. Gehst du mir so elendig auf den Sack? Das... Press to start. Okay, warte, warte. Warte, warte. Hier ist noch einer. Press to return. Achso, press to return to return. Okay. Ich hab mir hier einen Spawnpoint gemacht. For press to start. Ja, naja auch. Okay. So. Ja, dann mach du zuerst. Dann komm ich hinter... Alter, das zählt für uns beide, das mit dem Droppen. Oh! Oh! Hä? Wo sollst du hier denn landen? Ja, das... Okay, warte. Warst du schon mal unten? Ja. Hä? Also ich war... Hä? Ich war quasi fast unten, ja. Aua. Leute, ich sterb instans. Ja, ich auch. Wo ist dein Fokus, Fokus? Boah, ich... Ich weiß nicht, welche Seite das ist, man! Jetzt stopp ich direkt! Ah! Okay. Oh! 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 Nein! Aber ich lande doch in der Lava! Das ist doch... Das bringt doch gar nichts! Du bist doch dann auch tot! Boah, war das gerade ein Wichse! Ich weiß nicht von wo ich... Okay. Okay. Warte, das kriegen wir hin. Das kriegen... Na, alles klar. Man landet tatsächlich in der Lava da unten. Oh, oh. 4, 3, 2, 1. Vorsicht. Ich weiß nicht. Oh, yeah! Boah, Mann! Direkt oben, ey! Alter, ich war schon wieder fast unten. Das kotzt mich so dermaßen an immer. So dermaßen an immer. Ja, ist so! Ich hab immer das Gefühl, dass es von dir aus schon gut ist, aber... Ach, fick dich doch! Alter, Mann! Man sieht die Dinger voll schwer! Ich war doch gar nicht aufgekommen! So. Hey! Vielleicht direkt von der Mitte? Nee, von dir war gut. Alter, ich werd sterben! Oh! 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 Yeah! Hast du es geschafft? Ja! Ich bin im Hub! Lava! Ja, Mann! Bitch! Okay. Das heißt, 3 zu 1! Yay! Ja, Mann, 3 zu 1. Heißt also, du müsstest... Jetzt 6... Ne, ja doch. Ne, 7! Ja, 3 zu 1. Siehst du, da hast du deinen Punkt. Das ist ja die Sache. Die Map war halt nicht so meins. Ja gut, bei der Map kannst du aber auch nicht schubsen. Das stimmt. Boah, ich muss noch auf dein Assi-Level kommen, dann krieg ich das auch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle ein kleines Päuschen oder was? Genau. Mit einem 3 zu 1 für dich. Unverdient, as always. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank an fürs Zuschauen an dieser Stelle natürlich, wie immer. Und ich hoffe, es hat euch ein klein wenig gefallen. Wir hatten Spaß. Tom besonders. Und dann würde ich sagen, schau das nächste Mal wieder ein. Is nice. Weilschaft. Hadi. Biuuuu.